Guten Tag! Ja, hallo, Matthias Keller hier. Ich rufe an, wenn... Schön, dass Sie unsere Hotline gewählt haben. Wenn Sie Hilfe benötigen, sagen Sie jetzt Ja. Ja. Haben Sie Ihre Kundennummer bereit? Nein. Kein Problem. Beantworten Sie bitte drei Sicherheitsfragen. Drei? Erstens, wie viel ist dreimal zwei? Sechs. Richtig. Wie viel ist dreimal drei? Neun. Sie haben Nein gesagt. Haben Sie etwas nicht verstanden? Nein, 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 nein. Ich habe gesagt Neun. Sie haben Nein gesagt. Neun. Nein. Neun. Nein. Neun! Das war richtig. Sie brauchen nicht so zu schreien. Okay, tut mir leid. Vergessen wir es. Na gut. Hier nochmal sechs Sicherheitsfragen. Ich kann es kaum erwarten. Tja, und wie die sechs Sicherheitsfragen klingen, das erfahrt ihr bei meinem Programm Loop ins Land. Ab 24. Februar 2013. Ich freue mich, wenn ihr kommt. Ciao. Matthias Keller. Und ich bin auch dabei.